in Rammenau geboren, in der Oberlausitz. Er lädte ab 1794 Philosophie, zuerst an der Universität Jena, später in Erlangen und Berlin. Er betonte insbesondere die Freiheits- und Handlungsfähigkeit des Menschen. Viele spätere Denker, Dichter und Politiker wurden von ihm inspiriert, so unter anderem Hegel, Nietzsche und Rudolf Steiner, aber auch Hölderlin, Novalis, Friedrich Schinkel, Freiherr von Stein und Bismarck. Als einer von wenigen Deutschen befürwortete Fichte vehement die französische Revolution, stellte sich aber später gegen die napoleonische Eroberung Europas. Berühmt wurden seine Reden an die deutschen Nationen, die er während der französischen Besatzung hielt. In ihrer nationalen Begeisterung boten sie allerdings auch Anlass zum späteren Missbrauch durch die Nationalsozialisten. Kritikwürdige Passagen überstatteten zum Teil die Tiefe und Gründlichkeit seiner sonstigen Überlegungen. Fichte erkrankte und starb an Lazarettfieber, angesteckt von seiner Frau, die freiwillig Kriegsverwundete pflegte. Fichte gilt als der Philosoph des Ichs. Er verzichtete auf ein von außen hinzutretendes Ding an sich. Allein aus dem Ich heraus versuchte er, aus diesem Ich durch Negation ein Nicht-Ich zu begründen. Aus Ich und Nicht-Ich leitet Fichte eine Synthese aller Erscheinungen der Welt ab. Der Begriff Ich steht bei ihm nicht für die individuelle Person, sondern für die allgemeinmenschliche Subjektivität. Diese Wortverwendung führte zu vielen Missverständnissen, sodass er später anstelle des absoluten Ichs von dem Absoluten, vom Sein oder von Gott spricht. Die Idee unseres Modells berührt auf dem Bild, in dem Fichte die Selbstentfaltung des absoluten Wissens mit dem Licht vergleicht. Es spaltet sich in unserem Auge in viele verschiedene Strahlen, Farben und Gestalten auf. Die gegenseitigen Beeinflussungen der Farben zeigen die verschiedenen Aspekte des Zusammenspiels von Ich, Nicht-Ich sowie anderen Ichs. Unser Modell zeigt fünf mögliche Sichtweisen auf die Welt und das eigene Leben. Von der rechten unteren Ecke, betrachtet, erscheint alles in blauer Tönung. Das Blau repräsentiert das dem Ich entgegengesetzte Nicht-Ich, nämlich die sinnliche Welt der verschiedenen äußeren Objekte. Dies entspricht dem Gesichtspunkt des Glückseligkeitsstrebens. Aus dem Blickwinkel von links unten taucht sich alles in ein rötliches Licht. Das Rot symbolisiert die fremden Ichs. Diese Perspektive illustriert den Glauben an die Persönlichkeit und an das Prinzip der Legalität. Vom Standpunkt der obersten Ecke betrachtet, ist alles gelb gefärbt. Das Gelb steht für das allem zugrunde liegende Ich. Dies veranschaulicht den dritten Standpunkt der Sittlichkeit, in der das Ich nach freier Gestaltung des Guten, Wahren und Schönen strebt. Der vierte Standpunkt, bei dem der Besucher das Modell von vorn anschaut, symbolisiert jenen der Religion. Sie erkennt alles mannigfaltiger als das Sein, Leben und Wirken des einen tätigen Gottes. Nach Fichte beschreibt diese Perspektive das Höchste, was den Menschen außerhalb der Wissenschaft gegeben werden kann. Der fünfte Standpunkt schlussfolgert alles Gegebenen aus der Vernunft in der Wissenschaftslehre selbst. Sie leitet das, was die Religion faktisch und in Bildern erfasst, genetisch aus dem Vernunftsbegriff ab. Entsprechend zu unserem Modell müsste man nacheinander verschiedene Standpunkte einnehmen, um die Begriffe dann durch wiederholte Abstraktion sowie Reflexion zu klären. Sie schauen, was ich für das Geschehen momentoshintoshintoshintoshintoshintoshintoshintoshintoshintoshintoshintoshintoshintoshintoshintoshintoshintoshintoshintoshmarkomfach. Untertitelung des ZDF, 2020